einen wunderschönen guten tag liebe leute eine weitere folge papa kocht der dicke papa vor der kamera der kleine tim hinter der kamera und ich foktel 1 2 3 1 zu viel viel zack wo bin ich immer so mit einem messer um aber ich will euch zeigen schönes messer nein spaß beiseite ist keine werbesendung wir kochen heute was geiles und zwar machen wir chinese barbecue pork und ich hab's hier guck mal das ist ein schweinenacken da haben wir uns schöne scheibchen rausgeschnitten mitten schön aus der mitte raus und daraus machen wir uns jetzt ja chinese barbecue pork und dazu so ein bisschen fried rice weil wir haben reis übrig und irgendwas muss man dazu essen und ich zeige euch jetzt mal eine schnelle variante ohne lange marinieren und allem drum und dran in der pfanne zu hause und im backofen wie das zügig geht und gut schmeckt vielen herzlichen dank erstmal fürs zuschauen von anfang an schon mal wenn ihr gerade zeit dazu zu gucken dann könnt ihr natürlich auch mit der maus oder mit dem finger mal da unten auf abonnieren klicken das kostet mich nichts für uns bedeutet die welt und wir freuen uns sehr darüber ja damit können wir mal anfangen wir marinieren zuerst mal so ein bisschen das fleisch und zwar geht da so ein bisschen brauner zucker drauf weil wir der karamell außenrum haben wollen net viel aber schon ein bisschen was und wenn wir das dann gleich anbraten dann macht es schon mal eine schöne kruste das schon mal viel wert dann lassen wir schon so ein bisschen arbeiten dazu geht dann ein bisschen salz und ich mache bewusst keine großen mengen angaben jetzt hier ihr seht es ja was ich da verwende weil es ist halt wie soll ich sagen jedes stück fleisch ist anders deswegen macht es keinen sinn euch dazu sagen für so viel brauchst du viel es kommt davon was du für ein salz nimmst was nimmst für den zucker und 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 orientiert euch so ein bisschen daran übertreibt es nicht mit salz und zucker ihr seht jetzt was hier gerade passiert da habe ich gerade den zucker draufgelegt das fleisch fängt direkt an zu schwitzen das heißt die oberfläche vom fleisch fängt jetzt schon an die gewürze aufzunehmen mit salz und zucker aktivieren wir das quasi dass es aufnahme bereit ist das ist doch schon mal sehr sehr gut dann geht es weiter five spice powder chinesisches fünf gewürze auch schön von oben locker drauf da muss halt aufpassen der ruckzuck ist das mal zu viel aber dieser geruch der hier aufsteigt das ist so dieser typische das ist halt so die universelle gewürzmischung five spice perfekt kriegt man übrigens im asia laden wenn man jetzt wenn die frage hervorherrscht wo kriege ich das geile zeug her einfach im asia laden checken ich glaube bei uns im shop gibt es auch hatte hin und wieder ja guckt mal ansonsten habe ich ein video gemacht mit den wichtigsten produkten die du brauchst das kann ich hier oben mal einblenden da sind alle produkte soßen und so weiter drin die man braucht wenn man so ein bisschen ambitioniert asiatisch kochen möchte zu hause ja so jetzt mache ich auch noch ein bisschen geschrotteten pfeffer rum drauf das beißt sich nachher schön wenn du da drauf beißt hast du immer so ein bisschen guck mal hier pfeffer schließt das ja der verbrennt auch nicht weil jetzt gleich noch ein bisschen marinade dran kommt da gibt es erstmal keine probleme und im ofen passiert nachher auch gar nichts wir fangen nämlich an mit der grillpfanne hier drüben und danach geht es den ofen ein bisschen abgedeckt in so einem ja in so einem leichten schmorfond den wir dann noch machen werden so jetzt würde ich da hinzugeben schon mal ein bisschen sesamöl wirklich nicht viel das reiben wir jetzt ein bisschen aus dem geröstet das sesamöl das ist eigentlich nicht dafür geeignet ja wie soll ich sagen dass darin anzubraten das sollste eigentlich nicht machen das verbrennt dann aber um das hier zu parfümieren wenn ihr riechen können was jetzt hier gerade für eine für eine für ein aroma jetzt schon aufsteigende von diesem gerösteten geilen sesamöl das ist der absolute hit so jetzt kommt hier drauf ein kleines bisschen honig noch der ist jetzt sehr kalt hier aber ich mir mit den man kann man lässt sich gar nicht schmieren so richtig aber das ist so schnell da kommt überall so ein bisschen honig drauf vielleicht habt ihr einen flüssigeren schöneren honig als ich aber es hat sich gleich erledigt sobald es in der pfanne warm wird zieht er sich überall dran weil wir braten nämlich ganz locker an das gar kein problem so hinzu kommt chinesischer kochwein ein paar spritze viel mehr braucht es da gar nicht einfach schön damit so ein bisschen kümmer jetzt wird es auch im honig was überall so ein bisschen drin ist das ist gut so jetzt haben wir hier kaum flüssigkeit unten drin ja ihr seht es ja hier ist es eigentlich nur so ein bisschen was von wein so und jetzt könnt ihr das fleisch eigentlich so wie es jetzt ist so ein bisschen liegen lassen und marginieren müsste es aber nicht ich zeige euch wie wir gleich damit anfangen und zwar machen wir die pfanne so ein bisschen auf leichter hitze geben dann noch ein bisschen fett unten rein und bloß nicht ausrasten bei der hitze da kommt voll schön honig und den braunen zucker kostet ganz automatisch jetzt und da legen wir das mal hier rein und warten das entspannt und vorsichtig braten hier geht es nämlich um eine schöne lange garzeit dann brauchen wir am anfang nicht so viel gas zu geben das gibt ganz automatisch eine kruste das hier heben wir uns auf da machen wir jetzt nämlich gleich die soße rein die wir hier drauf gießen das können wir jetzt auch gerade schon machen und zwar geht es damit los mit ich muss keine soße holen und gleich wieder da da ist die soja soße damit geht es nämlich jetzt los jetzt machen wir mal in esslöffel damit ihr mit zählen könnt ja und zwar erst mal vier stück davon vier schöne esslöffel dann chinesischer tochwein davon gibt es zwei esslöffel nicht übertreiben damit der ist krass im geschmack dann machen wir da rein süße sojasauce man ist aber schön zwei löffel voll die sieht ja die ist schon geil klebrig das wird auf jeden fall ganz herrnische angelegenheit werden hier wunderbar so dann machen wir heusin soße dies wichtig chinesische barbecue soße man kennt gibt es auch zur peking ente und so weiter davon gehen da vier rein das ist übrigens ja auch meine favorite brand ist keine kooperation oder ähnliches sondern dies einfach schmeckt einfach geil die flaschen kennt man ja gibt ja auch diese sriracha davon die ist wirklich hier also das ist eine gute häuser die von lik und kies übrigens auch gut gibt es im glas auch sehr geiles zeug so ihr seht auch die macht schon was für die konsistenz hier auch wir können sich das jetzt natürlich auch in der schüssel anrühren haben das ein bisschen einfacher es ist aber nur mal so dass hier schon der geschmack drin war dann machen wir auch weiter damit so austernsoße kommt auch dazu und zwar zwei fette löffel die gibt dann schön diesen klebrigen kick nachher den wir brauchen und die würze tipptopp ich gucke mal hier ganz kurz nach unserem schweinchen haben jetzt aber schon schöne ja so leichte röstarom hier eine seite ich denke da können wir die andere seite jetzt hier umgedreht haben die wir so ein bisschen hoch jetzt bei halber kraft gewesen jetzt gehen wir so auf drei viertel guck mal wo wir landen gleich das habe ich alles reingemacht so was kommt noch dazu vom allerfeinsten ein bisschen msg ein halber löffel auch ein bisschen pfeffer wieder ein halber löffel und salz sparen wir uns jetzt erstmal das ist sehr sehr gut was ich jetzt von dir noch brauchen sind drei esslöffel wasser hast du mir die geben ja wir haben kurz was erwartet so danke timi 123 und ein bisschen was so drei dreieinhalb damit wir ja so ein bisschen materie haben hier um das auch ein bisschen ein reduziert verlassen nachher ja so jetzt kommt noch dazu halber löffel rauner zucker ja also sehr gestrichen der löffel würde ich sagen damit perfekt das soll sein jetzt fehlt uns noch ein bisschen was frisches und zwar habe ich hier ein bisschen engler den hatten wir uns noch ein bisschen zusammen und guck mal diese diese barbecue soße ist so eine süß klebrige soße dass das was sie dann nachher haben willst man kann sich das aber auch ein bisschen pikant machen also entweder hast du dir ein bisschen chili oder feperoni mit rein das finde ich schon ganz okay oder du machst du ein eingelegte chili pasta mit drauf oder eine hot sauce oder wie auch immer jetzt gibt es noch ein bisschen knoblauch dazu der geht mit zum engler einfach mit reingeschnitten und dann alles noch mal durchgehackt derweil brät da schön unser schweinchen weiter und das ist auch eigentlich schon fast alles was wir hier an vorbereitung zu machen haben aktuell weil der rest passiert nämlich gleich im ofen und da habt ihr die zeit den reis vorzubereiten quasi wenn ihr dazu fried rice machen wollte oder einfach ein paar gebratenen nudeln oder irgendwas gebratene nudeln video können wir euch auch noch mal einblenden das ist nämlich unser erfolgreichstes video könnt ihr mal gucken passt natürlich hier auch so ein schweinchen hervorragend dazu so das hier geht da rein und dann nehmen wir heute mal als teaser für euch unsere berry bomb hot sauce aktuell noch nicht auf dem markt erhältlich ist unsere selbstproduzierte chili sauce was natürlich hervorragend dahin ja nur beste zutaten auch einen guten esslöffel voll mit rein das ding ist nicht gar nicht so super scharf die schmeckt einfach nur geil deswegen freue ich mich darüber so setz schon ein pfefferkörner nämlich noch zwei drei stück oder fünf bis sechs stück hier so kümmern und teelöffel voll setz schon besser kommt die haben wir uns hier im messer rücken so ein bisschen an damit die auf platzen gehen ja auch mit rein setz schon an pfeffer hat natürlich den großen vorteil da gibt man einen super geilen geschmack ab und wenn du ja wenn du diesen pfeffer auf der zunge hast dann spitzelt das und dann wird dein mund so ein bisschen taub und das ist eine geile sache in der menge hier absolut überschaubar so hier drüben richtig schon gut wird wir drehen noch mal so mal hier das ist das was du haben willst in der mittelchen natürlich ein bisschen heißer das wird sich ein bisschen hin und her schaffen und dann beim zucker und bei dem honig und so da muss echt aufpassen ruckzuck ist das zu schwarz deswegen gut aufpassen sich die temperatur wieder runternehmen das hier ist schon absolut geil so muss das sein ja so groß ist auch angerührt stellen wir uns auf die seite sieben leute gebraten ist fertig und dann sehen uns gleich wenn die sohne drauf kommt hier schau mal hier kann das rundherum schön angebraten so gold geld hat so ein bisschen ja schöne grün und ja keine ahnung so grün streifen und so ein bisschen nett gemacht einfach nicht geil aus so jetzt haben wir die pfanne hier wirklich auf halbgas und dann gehen wir hin mit unserer soße und dann schütteln wir das hier mal schön oben drüber zum spartel da alles rausholen dass wir auch die ganzen zucker und alles erwischt haben der restlichen honig so und dann kochen wir das damit jetzt einmal auch wir haben die möglichkeit ist doch geil der knoblauch alles drin ingwer das kochen jetzt einmal auf damit dann lösen wir nämlich auch so ein bisschen den braten satz den wir jetzt in der pfanne haben und wenn das die richtige temperatur schieben wir das in ofen das muss jetzt hier gar nicht großartig reduzieren oder so das können wir uns nachher machen wenn es nicht passt mir geht es erstmal darum dass das hier alles schön gecovert ist die soße heiß ist so das reicht schon mehr muss ich gar nicht haben und dann geht es hier rein machen wir wieder nie so eine feuerfeste auflaufform so eben was auch gepasst kann das rein mit dir und dann die soße schön oben drüber und auch hier wieder gucken dass wir alles was rein gehört mitnehmen das geht jetzt bei 180 grad in ofen ich mache jetzt noch ein bisschen alufolie drüber 180 grad in ofen und ich sage mal da können wir das gut für ein stündchen können wir das vergessen das mache ich jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder zum gemüseschnippeln ja Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Den habe ich jetzt einfach wirklich grob mit einem Messer runtergehackt und eingangs noch gar nicht geplant, dass ich ihn überhaupt mache, aber er war gerade noch da. Und dann zeige ich euch, wie man hier so einen kleinen, ja so einen kleinen netten Kraussalat noch dazu machen kann, weil Barbecue und Kraussalat passt ja immer. Aber auf die chinesische Variante sag ich mal, nein falsch, es ist eine Asia-Variante, wie der Bernd das macht. Ja, also hier auch ein bisschen Five Spice. Ihr werdet sehen, das ist sowieso der Grundgeschmack, den du haben willst am Ende. So, dann gehen wir da hin mit einem halben Löffelchen Salz, das ist wichtig, und ein bisschen braunen Zucker, weil Salz und Zucker aktivieren den Kohl, ja klarer Fall. So, dann wird er ein bisschen weicher, ein bisschen netter, ja. Und auch hier geht ein kleines Löffelchen MSG mit dran, ja nicht ganz, ne, so ganz gestrichen, ein bisschen Pfeffer. Das schmeckt einfach gut, ne. Und ich habe mir hier so ein bisschen Kurkuma geholt, da machen wir uns so eine nette Farbe draus, ne. Da wird er so ein bisschen, ja, ein bisschen schöne Farbe kriegt, ist total gesund und schmeckt auch geil. So, das rühren wir jetzt erst einmal durch. Und ihr hört es ja an, da kannst du ruhig richtig grob hingehen, halt ist das, was du willst. Und das ist ja wirklich nur ein Messer runtergehackt, ne. Das kann man natürlich feiner machen mit der Mandoline oder wie auch immer. Aber ich will einfach so ein Löffelchen Kraut dazu, so ein bisschen süß-sauer an der Seite. Ich finde, das passt sehr, sehr gut dazu. Und ihr seht ja hier schon durch den, ja, durch den Kurkuma kriegen wir da auf jeden Fall schon so eine gewisse gelbe Farbe rein. So, jetzt machen wir hier direkt noch so ein bisschen Reisessig drauf. Gerade so ein gutes Schlückchen, ja. Und ich mache auch ein bisschen Sesamöl. So, und jetzt ist es tatsächlich gar nichts mehr, chinesisches oder ähnliches, sondern es ist einfach nur lecker mit asiatischen Aromen. Ein Krautsalat, der gut zur Seite passt. Und das hat jetzt gedauert, keine Ahnung, anderthalb Minuten, ne. Den lassen wir jetzt so lange ziehen, bis das Schwein fertig ist. Und dann schmecken wir den nochmal ab zusammen. So, Leute, das Schweinchen nähert sich dem Ende, habe ich gesehen gerade. Das ist auf jeden Fall für uns der Zeitpunkt, wo wir schon mal ein bisschen Reis vorbereiten werden. Und das ist ganz einfach. Fried Rice, guckt zu, so läuft es. Ein bisschen Fett in die Pfanne. Dann haben wir Reis im Idealfall vom Vortag. Ja, ich habe jetzt hier so ein, ja tatsächlich so ein Parboiled-Reis. Da könnt ihr am Ende nehmen, was gerade da ist. Außer ein Rundkorn-Reis, das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ja. Und da machen wir so einen schönen Eierreis dazu. Und das Wichtigste ist, und das war dann, ja, auf jeden Fall der Lifehack schlechthin, auf jeden Fall. Immer zuerst die Eier in die Pfanne. Das ist das Wichtigste. Und den lassen wir jetzt auch so ein bisschen mit anschwitzen, so dass der, wenn er ein bisschen Öl fehlt, ne. Das muss so, das muss schon so ein bisschen, ja, ihr hört das, hört das jetzt? Guck mal, ich mach mal ein bisschen Öl rein und schon geht's los, ja. Das ist das, was wir brauchen. Der soll jetzt hier so ein bisschen mit, ja, angebraten werden, ist der gebratene Reis im Moment. Und da sind wir auch schon an dem Punkt, wo alles dann Gemüse mit reinkommt, was ich hier hab. Das kann dann nämlich jetzt schön mitschwitzen und braten. Zwiebelchen, Karotten, Ingwer, Knoblauch hab ich drin. Und ein bisschen Mais vom Kolben geschnitten. Guck mal, das sieht doch jetzt schon herrlich aus, ne. So, das lassen wir jetzt noch ein bisschen anschwitzen. Und dann holen wir uns in der Zeit, guck mal die Gerüte dran. Und zwar, es gibt, wie immer, ein bisschen Pfeffer. Einfach nach Geschmack, ne, wie ihr es wollt, wie ihr Bock drauf habt. Würzen. Salz. Schön verteilen. Dann wie immer. Und wisst ihr was vom guten MSG? Ich finde beim gebratenen Reis, gebratene Nugeln, elementar. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, ihr fragt in den Kommentaren immer, wenn ich es nicht will oder wie auch immer, einfach weglassen, ja. Schmeckt halt nicht ganz so geil. So, Five Spice. Auch wieder oben drauf für den schönen Geschmack. Und dann, ah, sehr gut. Guck mal, und jetzt, ihr merkt schon, ne, allein durch das Feißweiß, dass das jetzt gerade warm wird, da geht es schon so richtig zur Sache. Und das ist unser schöner gebratener Reis, der hier gerade schön vor sich hin brutzelt. So, das lassen wir jetzt noch einen Augenblick und dann kommen noch ein paar Sößchen dran, dann ist der auch schon fertig. Aber so lange braucht ihr mir nicht zugucken. Das dauert noch einen Moment. So Leute, schauen wir mal hier, so geil sieht das jetzt aus. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir noch ein paar Erbsen mit rein machen. Erbsen können immer ein bisschen, ja, zum Garteitende hinzukommen, ich stehe voll drauf. Einfach ein paar Tiefkühlerbsen habe ich immer da, ja. So, jetzt sind wir da. Guck mal, das sieht ja schon gut aus, ne. Aber ihm fehlt noch so ein bisschen Verarmung, du bist die Geschmack, du bist die hier, du bist die da. So, jetzt gibt es hier einen halben Löffel von der süßen Sojasauce. Dann gibt es einen halben Löffel, oder einen ganzen Löffel machen wir da, von der richtigen Sojasauce. Und dann gibt es noch ein Löffelchen Austernsoße. So, bitte. Und das kühlen wir jetzt durch. Gehen wir mal richtig Druck auf die Pfanne. Und dann schrecken wir das durch. Und ihr seht, wie der sofort die Farbe verändert, ne. Jetzt sieht es da einfach schon saftig aus. Und lecker, und ihr hört es brutzeln, der Geschmack ist drin. Und jetzt so ganz zum Schluss, bevor es dann auch auf den Teller kommt, parfümieren wir das Ganze noch so ein bisschen mit dem gerösteten Sesamöl. Und das macht es nachher aus, ne. Da kommt, da kommt die Sache her. Und ein ganz klein bisschen Raunerzucker. Ganz bisschen nur. Aber das hebt den Geschmack einfach, ne. So, das ist gut. So sieht unser gebratene Reif aus, guck mal. Und ich gehe jetzt das Schwein holen, und dann essen wir. So, da ist er. Und die Sonne kommt auch, ne, Timmy? Sonne. Ist ja wunderbar. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, Achtung, 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 Achtung. Oh, oh. Sieht das geil aus. Ja, das ist perfekt. Genauso soll er sein. Auf keinen Fall verkocht oder ähnliches, ne. Das ist extrem wichtig. So, jetzt haben wir hier da vorhin noch die Pfanne, wo wir ihn drin gebraten haben. Die habe ich jetzt wieder aufgestellt. Da geht das Schwein schön noch mal kurz rein. Da geben wir ein bisschen Temperatur drauf. Hoppla. Hab ich dich ja mischt drin. Ja? Geht. So. Und dann, die Soße ist drauf. Und das reduzieren wir jetzt ein bisschen. Bis zur gewünschten Konsistenz. Und dann schneiden wir auf. Guck mal, wie geil das aussieht, ne. Allein die Farbe. Hier ist jetzt schon ein Körner, ein Zetterkörner rum drauf. Ja, das ist toll. Ja, das kochen wir jetzt gerade ein bisschen runter. Ich mache hier ein bisschen Ordnung. Und dann essen wir. Oh, Leute, guckt mal hier. Schön eingekocht, schön glasiert. Die Idee ist, ne, dass sich die Soße hier wunderbar oben drüber zieht, übers Fleisch, dass das so ein bisschen sticky dran hängen bleibt. Jetzt nehme ich nochmal das Stückchen hier rüber. Und dann gucken wir doch mal. Ah, das sieht schon sehr, sehr gut aus, wenn ich mich frage, ne. Und es riecht natürlich noch besser. Dann schneiden wir uns das hier schön, so kleine Tranchen. Streifchen, wie auch immer. Hier hinten ist es schön weich. Sehr geil. So, damit man auch gleich ein bisschen sieht, was hier so los ist. Ey, Leute, wenn ihr wüsstet, ne, das schmeckt so geil. Komm, ich probiere ein Stück. Hier, komm, 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 komm. Boom, einfach boom. So, Reis machen wir auf den Teller. Schön geil, gebratene Eierreis. Allein das ist ja schon ein gutes Gericht für sich, ne. Muss man ja einfach klar sagen. So, jetzt backen wir es schön hier auf die Seite. Und dann gehen wir her, nehmen unser Barbecue-Schweinchen, links hier oben drauf. Ja, das sieht gut aus. Alles, was runterfällt, ist wie immer für den Koch, ist ja klar. So, dann nehmen wir uns noch ein bisschen von der Sauce, gerade so ein bisschen was. Und machen das hier oben drüber, weil sie ist ja da. Ja, und dann haben wir ja gesagt, nebendran einfach noch ein Gürkchen und ein bisschen was von meinem grob zusammengeschnittenen schnellen Krautsalat. Ey, das habe ich eben probiert. Bisschen Zucker noch dran gemacht, aber dann war der schon sehr geil. So, dann gibt es noch ein bisschen was Schönes. Und dann würde ich mal sagen, der Timmy macht schnell ein Foto und dann essen wir zusammen. Und dann sieht das nicht geil aus. Absolut. Ich weiß gar nicht auf dem Foto, ey. Es ist immer so, ja, man sieht es, aber wenn du das hier so vor dir hast, einfach nur geiles Essen. Guck mal, bisschen Schweinchen, bisschen Reis, Süßchen dabei. Und dann. Boah. Leute. Das ist butterweich. Mit dem Kraut. Es tut mir leid, dass das Video so lange geworden ist. Aber es ist einfach... Also, alleine der Reis, ne? Der ist schon weg. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, das nachzumachen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran wie ich. Schreibt mir einen netten Kommentar, lasst mir ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und freut euch auf das, was da noch so alles kommt. Ich hab Bock wie die Sau. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.